Schlaganfall 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 Und, Wolf, um geht das? Ja, natürlich Eine ganz andere Therapie Für Schlaganfall Betroffene Und Partner Ein Schlag gegen den Schlag Seit über 11 Jahren Wird in Köln dieser Sport betrieben Draußen die Natur Bei Wind und Wetter Auf der öffentlichen Golfanlage Gut Klarenhof Also wenn schon Schlaganfall Dann wenigstens PPG Und ganz nebenbei werden Gleichgewicht, Koordination Muskelkraft trainiert Und jetzt PPG Golf ist Eine wunderbare Sache Um da wieder anzuknüpfen wo man vor dem Schlaganfall aufgehört hat Oh, Ja, 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 Ja A staying derика Wow! Klasse! Schöner Dreifilie. Wie fühlt sich's an? Mach mal, ne? Auf und... Zim! Toll! Zim! 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 Okay, die Arme so richtig in die Wege rechte gehen. Zim! Ganz ruhig die gleichen Bewegungen. Zim! 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 Golf ist? Pizza! Zim! 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 Und alle haben viel Spaß und Freude. So macht's auch viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank.